Sprechen wir davon, das eigene Gewicht zu steuern, vor allem wenn es nachhaltig und deiner Gesundheit dienlich sein soll, dann muss sich das Gespräch um Fett und Muskulatur drehen. Hallo zusammen. Im Kontext der Gewichtsteuerung sind diese beiden Gewebeformen entscheidend. Und da sollte uns natürlich die Frage interessieren, ja Mensch, kann denn der Körper das Fett nehmen und in die Muskulatur verbauen? Das eine abbauen, das andere damit aufbauen. Das hört sich ganz schlüssig an und wird vor allen Dingen im Männerbereich in den Fitnessmagazinen Men's Health und so weiter rauf und runter seit Jahrzehnten thematisiert. Wir schauen uns gemeinsam an, ob das reines Marketing ist oder ob da was dran ist und wir überprüfen einmal die Studienlage dazu. Dazu verblende ich dir nicht einzelne Studien in diesem Beitrag ein, sondern möchte dich auf eine Übersicht stürzen von scifit.net. Die ist wirklich gut, da findest du auch jede Menge Ressourcen und Studien und wir kommen einmal direkt in diesem Beitrag zur Antwort. Nein, das ist nicht möglich. Der Körper kann nicht Fett in Muskulatur umwandeln auf direkte Art und Weise. Wir werden aber Folgefragen in diesem Beitrag gemeinsam entwickeln und da warten ein paar Antworten und auch Konzepte auf dich, die deinen Alltag bereichern können. Wenn wir uns die beiden Gewebe einmal vor Augen führen, werfen wir mal einen Blick in die Biologie, dann besteht das Fett, das wir in unserem subkutanen Unterhautgewebe gespeichert haben aus Triglyceriden oder Glycerol-Triester. Das sind drei langkettige Fettsäuren, wir blenden dir mal ein Bild ein, und ein Glycerin-Molekül. Das ist die Basis, an der die Fettsäuren aufgehangen werden, Tri-3 und eben das Glycerin-Molekül. Die Muskulatur auf der Gegenseite besteht aus Myofibrillen. Das ist vornehmlich aus Aktin und Myosin. Das sind sogenannte Motorproteine und das ist ein wichtiges Stichwort. Das gibt uns die Möglichkeit zur aktiven Bewegung, zur Anspannung und Entspannung der Myofibrillen. Das ist der Prozess, der da stattfindet. Und wir sehen dabei, dass das völlig unterschiedliche Moleküle sind. Für den Transfer von Fett zur Muskulatur, da fehlen uns die genannten Aminosäuren, die genannten Proteine. Woher sollen die denn aus den Triglyceriden kommen? Und das leitet uns zur nächsten und viel interessanteren Frage. Geht das denn gleichzeitig? Kann denn der Körper gleichzeitig Fett abbauen und Muskulatur aufbauen? Das wäre ja das nächstbessere, muss man sagen. Und ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen spitzfindig ist. Aber wir wollen das natürlich ja auch richtig sortieren und wissen, wovon wir sprechen. Und es gibt da eine klare Aussage im Rahmen der Gewichtsteuerung. Im besten Fall, optimalerweise, arbeiten wir entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen Begrifflichkeiten mit reinbringen. Das ist nämlich der Prozess des Abbaus und der Prozess des Aufbaus. Katabol versus Anabol, das sind die beiden Wege und Richtungen, die uns dabei interessieren. Und für die etwas mehr Belesenen, das ist Emptor aufbauend und AMPK abbauend. Das sind die beiden Dinge, die man da vorrangig erwähnen sollte. So tief wollen wir aber gar nicht reingehen. Es ist aber der Fall, und das wirst du auch wissen wahrscheinlich, dass die Fettverbrennung deutlich besser in einem kalorischen Mangel funktioniert. Das heißt, im Katabolenbereich, in einem abbauenden Bereich. Wir haben einen Mangel an Energie, wir werden von der Masse her weniger. Die Reserven müssen eben übernehmen. Und die Triglyceride in unseren Fettdepots, ja, das ist ja genau die Funktion des Fettes. Im Gegenzug funktioniert der Muskelaufbau deutlich besser in einem Überschuss an Substraten, an Nährstoffen. Das ist ja auch irgendwo logisch. Wir haben schlichtweg mehr Potenzial für den Aufbau. Mehr Proteine in der Nahrung, kommen wir gleich auch nochmal drauf, ist mehr Bausubstanz und der Muskelaufbau funktioniert besser. Da sind wir im anabolen Bereich, im aufbauenden Bereich. Und auch Proteine, ja, geben uns anabole Signale. Da ist die Aminosäure Leuzin sehr weit vorne. Und man könnte da einfach sagen, von nichts kommt nichts. Woher soll denn der Muskel aufgebaut werden? Wenn wir im kalorischen Mangel sind, wo soll der Körper dann noch zusätzlich die Energie nehmen? Aber lass uns weiter da reinleuchten in die Frage, ob das denn gleichzeitig geht. Das ist eine Gegensätzlichkeit, die da in deinem Körper stattfindet. Und da gibt es nur die beiden Pole. Entweder bauen wir auf oder bauen wir ab. Und wir können Muskulatur auf und abbauen und Fett auf und abbauen. Und das sollte uns sehr stark interessieren, wann wir Muskulatur aufbauen und wann wir Fett aufbauen. Super. Muskelaufbau, Kalorienüberschuss in der Tendenz. Fettabbau, Kalorienmangel. Und ob das gleichzeitig geht? Ja, das geht. Je nach Situation manchmal besser und einfacher und je nach Situation ist es manchmal auch nicht möglich. Manche funktionieren einfach besser. Da wollen wir jetzt etwas mehr reingehen. Aber ganz klar muss man sagen, wenn man das gemeinsam schaffen möchte, dann muss man bedachter vorgehen. Man muss sich besser verhalten, um beides hinzukriegen. Das ist eine Sache, die man sich direkt einmal merken kann. Lass uns jetzt einmal einen Blick da reinwerfen, welche Situation denn am besten geeignet ist. Und das ist relativ klar, das bestätigt sich immer wieder, wenn wir viel Fettmasse zur Verfügung haben. Das heißt, das kalorische Defizit gar nicht so schwierig für den Körper ist, es wieder zu überbrücken. Und wenn ich wenig Erfahrung mit Krafttraining habe, das ist die beste Situation, in der ich beides erreichen kann. Fettverbrennung und Muskelaufbau, obwohl das gegensätzlich ist. Und die Hypothese dahinter, habe ich gerade gewissermaßen schon gesagt, mehr Fett, einfachere Situation im Defizit. Ich habe mehr Potenzial, mehr Energie pro Stunde abzurufen. Je mehr Fett ich zur Verfügung habe, desto mehr Energie kann pro Stunde abgegeben werden. Denn das ist ein Grund, warum man immer langsamer abnehmen sollte, wenn man in Richtung Normalgewicht sich bewegt. Oder wenn man aber auch in niedrige Körperfettbereiche vorstoßen möchte. Da sollte die Abnahmegeschwindigkeit immer weniger werden. Also Hypothese, mehr Fett, wenig Erfahrung im Kraftsport, im Krafttraining, vielleicht auch wenig Muskelmasse. Das darf mit dazu erwähnt werden. Das ist die beste Situation. Die Gewebe werden aber nicht direkt miteinander getauscht. Gut, das Fett gibt uns die Energie für den Alltag und die Proteine aus der Nahrung werden für den Aufbau genutzt. Aber es kann eben gleichzeitig passieren. Nun nachfolgend, welche Situation ist denn jetzt die schwierigste, um beides gleichzeitig zu erreichen? Naja, wenn ich sehr schlank bin, sehr wenig Fett habe und ziemlich gut trainiert bin. Das ist die schwierigste Situation und die Ergebnisse in dieser Situation werden auch geringer sein. Ich komme jetzt mehr auf die Vorgehensweise auch gleich. Die sollte sich unterscheiden und deswegen fallen auch die Ergebnisse anders aus. Es ist einfach ein Spektrum an Potenzial, wie gut ich diese beiden Fähigkeiten unter einen Hut bringen kann. Je schlanker und trainierter ich bin, desto schwieriger wird es, gleichzeitig Muskulatur aufzubauen und Fett abzubauen. Im einfachen Szenario, viel Fett, wenig Training bisher, da darf das Defizit etwas größer sein. Das ist natürlich die Verantwortlichkeit, dass wir auch das Fett verbrennen, was wir überschüssig an dem Körper haben. Die Proteinzufuhr muss dabei nicht ganz so hoch sein und da darf sich jeder einfach mal 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht merken für eine schon ziemlich gute Zufuhr an Proteine. Das darf dann eben in dieser Abnahme aufgrund des Kaloriendefizits, sollten wir die Proteine zuführen, um gleichzeitig auch noch den Aufbau der Muskulatur zu gewährleisten. So, im schwierigen Szenario, je schlanker und je mehr Erfahrung im Training, desto besser muss ich das eingestellt haben und da muss das Defizit geringer sein. Das heißt, die Abnahmegeschwindigkeit darf nicht mehr so hoch sein und die Proteine sind im besten Fall noch höher, um wirklich beides zu schaffen. Das Wichtigste dabei jedoch ist, dass du das richtige Training absolvierst und da auch wirklich an deine Grenzen gehst und die Pausen einhältst und die richtigen Übungen machst und große Übungen machst. Und da gibt es viel Raum für Fehler und ohne das richtige Training gibt es keinen Aufbau von Muskulatur. Das ist absoluter Fakt. Bevor ich dir gleich nochmal ein weiteres Konzept mitgebe, was sich mehr auf die Woche bezieht, möchte ich auch nochmal ganz klar betonen, dass es nicht unbedingt das Ziel ist, dieses gemeinsam unter einen Hut zu bringen. Wir können auch die Abnahmegeschwindigkeit etwas stärker anpeilen und dafür in Kauf nehmen, dass wir in dieser Zeit keine Muskulatur aufbauen. Das kann sinnvoll sein und vor allen Dingen, wenn ich mit der Gewichtsteuerung starte, dann muss ich einige Fähigkeiten hintereinander lernen. Und das richtige Krafttraining ist da eine dieser Fähigkeiten, wenn ich die Schublade nachhaltig schließen möchte und auch meine Fitness, meine Vitalität steigern möchte und meine Leistungsfähigkeit, meine Gesundheit. Die Gewichtsteuerung ist nicht einfach nur Fett und Muskulatur. Das ist etwas, das besprechen wir ausführlich in unseren Trainings, in unseren Coachings, damit wir da die besten Entscheidungen treffen können. Aber mir war einmal wichtig, diese Frage hier in diesem Beitrag zu beantworten, ob das denen eben gleichzeitig möglich ist und ob wir das umwandeln können. Lass uns dieses ganze Thema nochmal auf das Wöchentliche übertragen. Und da möchte ich dir eine mehrtägige Ebene jetzt einmal aufzeigen und auch mit dem Konzept des Carb-Cyclings. Carb für Kohlenhydrate, Cycling, ja, zyklierend über die Woche. In dieser Herangehensweise esse ich bewusst mehr Kohlenhydrate und oder auch Kalorien an Tagen, an denen ich Sport gemacht habe. Nicht davor, sondern natürlich danach. Denn im Sport habe ich meine Zuckerspeicher geleert und in meiner Muskulatur aufgebraucht, zumindest zum Teil, und diese schnell wieder aufzufüllen. Das ist etwas, was du im Hochleistungssport auch siehst. Und so verbessern wir deine Erholung. Du bist schneller erholt nach dem Training, wenn du dir nach den Trainings mehr Kalorien und auch mehr Kohlenhydrate zuführst. Und wenn ich dann an diesen Tagen mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate zuführe, damit erzeuge ich gewissermaßen eine wöchentliche Dynamik. Und definiere dadurch, wann ich ja mehr Potenzial für den Aufbau habe von Muskulatur nach dem Training mit den erhöhten Kalorien und mit den erhöhten Kohlenhydraten. Und dafür an meinen Off-Tagen, an denen ich kein Krafttraining mache, die Kalorien und Kohlenhydrate etwas reduziere und dadurch den Körper mehr in den Abbau drücke. Du siehst, diese Frage lässt sich nicht nur im täglichen und im stündlichen beantworten, sondern dann auch im mehrtägigen. Und das ist wahnsinnig interessant, das natürlich alles für sich zu lernen und vielleicht auch mal auszuprobieren. Es kann einem auch damit besser gehen im Alltag. Abschließend können wir festhalten, du kannst nicht Fett in Muskulatur umwandeln. Du kannst es jedoch schaffen, dass beides gleichzeitig passiert. Dafür müssen die Stellschrauben etwas enger gezogen sein. Und ich hoffe, dass das Video oder der Beitrag der Podcast hier Licht ins Dunkle gebracht hat. Wenn du mehr dieser Infos möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Wenn es Fragen oder auch Anregungen gibt, dann hau es gerne in die Kommentare. Das hilft uns auch sehr, dass der Kanal wachsen kann. Ein Gefällt mir ebenso. Vielen Dank da von unserer Seite, wenn du das so tust. Danke, danke. Und zuletzt, wenn du dein Gewicht stressfrei und alltagstauglich steuern lernen möchtest, das ist eine Fähigkeit, das haben wir einfach auch häufig nicht gelernt für unser Leben, dann bist du bei uns genau richtig. Im Rahmen unseres Coachings bringe ich dir über mehrere Monate bei, wie du ohne Kalorien zu zählen und ohne Verbote mit deinem Vorleben dein Gewicht steuern kannst. Und zwar im Alltag. Das Ganze machen wir eins zu eins. Das ist eine individuelle Lösung. Und deswegen haben wir dabei auch so gute Ergebnisse. Als Arzt weiß ich, wie groß der Einfluss von der Gewichtsteuerung auf deine Gesundheit in dieser Thematik ist. Als Privatperson und selbst ehemalig Betroffener dieser Thematik weiß ich, wie stark dieses Thema in dem eigenen Leben um sich greifen kann. Jede Mahlzeit kann belastet sein, jeder Besuch in der Stadt und in Cafés kann vorbelastet sein, jeder Geburtstag, jede Hochzeit. Und das kann den Alltag sehr dominieren. Deswegen ist auch die Lösung nicht nur für deine Gesundheit immens wertvoll. Und es ist eines der größten Probleme in diesem Jahrhundert, dass wir in der Gesundheit wirklich zu lösen haben. Und da hoffe ich, dass wir zunehmend in den nächsten Jahrzehnten in die richtige Richtung gehen. Das läuft noch aktuell in die falsche Richtung. Und deswegen kann ich dir nur anbieten, wenn du das Thema wirklich lösen möchtest und jemanden in deinem Rücken haben möchtest, mit Sinn und Verstand und nach allen Regeln der Kunst, dann hast du bei uns die Möglichkeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dazu findest du den Link in der Beschreibung. Ist nur ein Schritt nötig von dir? Eintragen. Dann melden wir uns telefonisch bei dir und besprechen, was für dich denn möglich ist und was für dich Sinn ergibt, was die größten Probleme sind und was es wirklich für eine ganzheitliche Lösung in diesem Thema braucht. Das ist nämlich nicht einfach nur weniger essen und mehr bewegen und einfach nur Disziplineinsatz. Wir haben eine Menge Möglichkeiten und man kann es schon eleganter aufstellen. Und vor allen Dingen sollte man auch die Muskelmasse und auch den Stoffwechsel und auch Schlaf und Stress mit berücksichtigen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Danke, danke. Danke für jeden Kommentar, für das Abonnement. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Sven. Dein Sven.